so und damit willkommen zu einem neuen video von linux benutzer mac hilfe heute mal etwas kürzeres video als sonst und zwar möchte ich heute gerne zeigen wie einfach ihr euer wlan passwort ganz einfach und ganz simpel herausfinden könnt und zwar über die grafische benutzeroberfläche es gibt natürlich auch die methode über das terminal das zu machen oder auch unter windows das über das cmd natürlich aber wir wollen heute den weg der grafischen benutzer oberfläche geben wie gesagt ich will es so einfach wie möglich für euch halten deswegen ist das video auch gemacht damit ich euch an die hand nehmen kann und auch sagen kann schau so kannst du das wlan passwort herausfinden wenn du zum beispiel mit dem wlan eingeloggt bist das ist natürlich die voraussetzung sonst geht es natürlich nicht es ist hier kein hacking tool nene sondern dass die wirklich dazu wenn du das wlan passwort vergessen haben solltest aber du hast zum beispiel das beispiel keinen zugriff auf den router und kannst da das passwort auslesen dann ist diese methode sicherlich eine gute variante weil du dann das wlan passwort eben wieder hast und dich dann zum beispiel mit einem smartphone oder tablet oder was auch immer für ein oder smart tv natürlich auch mit dem wlan passwort einloggen kannst und zwar mache das ganze hier unter linux mint genauer gesagt unter linux mint 21.2 und habe natürlich den cinnamon desktop sieht man hier und zwar gehen wir zu allererst mal in die netzwerkeinstellungen dazu klicke ich hier einfach einmal drauf und klickt dann auf netzwerkeinstellungen und jetzt werden mich alle wlan angezeigt in meiner umgebung natürlich beziehungsweise alle wlan netzwerke die so in meiner umgebung verfügbar sind tatsächlich mich interessiert aber nur eins nämlich das hier oben wichtig woran erkenne ich überhaupt dass ich in dem wlan netzwerk eingeloggt bin auch das ist furchtbar simpel und zwar du siehst hier den haken und der haken heißt quasi du bist in dem wlan netzwerk gerade eingeloggt und davon wirst du ja das wlan passwort rausfinden in der regel wurde das wlan passwort natürlich schon einmal eingegeben aber wie gesagt wenn du nicht weißt wie es heißt könnte das hilfreich sein was ich jetzt zeige und zwar gehen wir hier auf das zahlrad symbol hier und dann gehen wir auf den punkt sicherheit und da hast du zum einen die sicherheitsstufe wie das ganze hier eingestellt ist dann klickst du einfach hier auf passwort anzeigen und dann wird dir das wlan passwort angezeigt da kannst du es den notieren und dein handy tablet smartphone was doch du für mobilgeräte hast oder fernseher oder drucker dich mit dem wlan verbinden ich hoffe das video hat dir gefallen bin gespannt auf dein feedback und natürlich auch auf weitere verbesserungswünsche und wünsch videos schreibt in den kommentare klang muss zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss